Und Sonntag um 13 Uhr die Frauen des 1. FC Köln unterlegt Eintracht Frankfurt 1 zu 2. Dann 1. FC Turbine Potsdam verliert gegen SGS Essen mit 1 zu 5. Und um 16 Uhr SV Werder Bremen spielt gegen SV Meppen 2 zu 2 unentschieden. So, das war's vom 18. Spieltag, der Flyer Lamp Frauen Bundesliga mit dem Predictionsaison 2022-23. So, wenn er das wieder gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nehme ich das Glöckchen, das nicht vergessen sagt, gewinnen, dann verpasst dir keiner. Benachrichtigung auf den Channel, bis deiner Goodkick. Ciao.